GEMEINSAMES YOUTUBE VIDEO VON KATIA KRA SAV EIS UND DA GIBI YouTube Starts Katia KRA SAV EIS UND DA GIBI STAND FÜR EIN GEMEINSAMES VIDEO VOR DER KAMERA Leipzig Berlin Was passiert, wenn sich zwei erfolgreiche YouTube-Rennen zusammentun? Klar, sie drehen erst mal ein Video? Für ihr neuestes Filmchen hat sich Erotik-Sternchen Katia KRA SAV EIS 21 erfüllt GES-Youtuberin DA GIBI 24 ins Gut geholt Doch wer jetzt denkt, die beiden Blondinnen würden nackte Haut zeigen und sich gegenseitig befummeln Liegt völlig falsch Denn und Dagi sind ganz unschuldig zusammen unterwegs Die beiden trafen sich Bei Dagi zum Spiele spielen Aber damit das Ganze auch ein bisschen Merken-Kitzel bringt, haben sich die Blondinnen einen besonderen Entwist ausgedacht Die Verlier-Ehren muss sich ein Tattoo stechen lassen, das die andere aussuchen darf Schließlich hatte Leipzigs Oberluder schon vor ein paar Tagen angekündigt, dass das Video mit DA GI heftig werden würde Tja, und etliche Runden, 4 gewinnt, Memory und Co. später stand fest Katia bekommt ein neues Bild Chen auf bzw. unter die Haut Ich bin so gefieh-Stern-Stern-T, Leute, kommentiert die Blondine-I Erdscharie-Niederlage Doch Deal ist Ziel Für welches Motiv sich Dagi entschieden hat, ist zwar noch nicht raus, doch ganz sicher müssen Katia Fans nicht lange warten, bis die 21-Jährige ihr neuestes Schmuckstück enthüllt Und wie heißt es doch so schön Pet im Spiel? Glück in der Liebe